Gib mir deine Hände. Was hast du vor? Vertrau mir, gib mir deine Hände. Mach die Augen zu. Oh Herr, wir danken dir für dieses Mal. Wir danken dir für das warme Bett und ein Dach über dem Kopf in kalten Nächten. So wie dieser. Es ist schon viel zu lange her. Ist das aus deinem Buch? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Nicht unterbrechen. Schließ deine Augen. Wir danken dir für das Geschenk der Kameradschaft in schwierigen Zeiten wie diesen. Amen. Jetzt essen wir. Jetzt essen wir. Ja. 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 Morgens so, Lala. Wie war deine Nacht? Hast du gut geschlafen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Natürlich hast du getan, was ich gesagt habe. Aber hat es funktioniert? Bleibt ihr hier? Wir haben nicht viel geredet. Solara, Schatz, ist doch was. Mom, gib mir deine Hand. Schließ deine Augen. Mom, vertrau mir. Oh, Herr. Wir danken dir für unser Essen. Ich danke dir für meine Mutter. Danke für das Dach über unserem Kopf und unsere neuen Freunde. Ich denke, das ist erst mal alles. Amen. Das ist das Wort, das du gesucht hast. Amen. Das sagt man am Schluss. Du sagst, ihr habt nicht viel geredet. Aber hat er gelesen? Ich habe dir eine Frage gestellt. Will, hör auf. Du, halt deinen Mund. Du tust deiner Mutter weh, Solara. Er hat gesagt, er liest jeden Tag. Stimmt's? Deine Mutter will, dass du es mir sagst. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, okay, ja. Ja, er hat gelesen. Was für ein Buch hat er gelesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So ein altes aus Leder. Und? Keine Ahnung. Keine Ahnung, da ist vorne so ein Ding drauf gewesen. Zeig's mir. Jetzt lass sie endlich los. Zeig's mir. Ich weiß es nicht. Redridge! Ich weiß es nicht.